Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Spaß ins Wochenende. Ich gehe jetzt hier bei... Oh. Oh. Das ist weit weg. Das ist sehr weit weg von der Zone. Und dann noch mit dem kleinen Helm dicap. Ich habe gerade einen richtigen Nusskreis am Fuß. Und das stört. Gewaltig. Blöde Mücke. Und das ist ein langer Fluch. Muss ich schon sagen. Das dauert bis ich da bin. Bin auch wieder ein bisschen am übersteuern. Ein bisschen. Da oben fliegt einer. Will er zum Gefängnis? Aber so langsam müsste ich in Reichweite sein. Um mich ein bisschen schneller runter zu bewegen. Oh. Oh. Eine Kiste. Hm. Sturmgewehr ist gut. Ich habe den doch gesehen, wie er da runtergekommen ist. Munition. Oh. Oh. Das ist eine nette Sache. Nette Waffe. Geld. Habe ich jetzt schon jede Menge Geld. Lo. Das ist ja unten an mir. Diese Kiste. Splittergranate. Okay. Schön aufpassen. Nicht, dass mir einer in die Hände laufe. Warum nur Sturmgewehre. Ich habe 10.000. Da ist ein... Da ist ein... So, habe ich mir ein bisschen was geleistet. Das Gas nähert sich dir. Bitte Aufklärung. Zeit für einen Überflug. Da hinten ist einer. Ich muss mich aber jetzt einfach beeilen. Ich muss ja in die Zone rein. Und hier in der Nähe ist kein Fahrzeug. Zum Nachtanken. Und hier kriege ich keine einzige gute Zweitwaffe. Zur Zeit. Was ich kriege, ist Geld. Oh, eine DMR. Oh, eine DMR. Da ist doch ein... Eine Kiste. Na toll. Da finde ich mal eine Selbstwierbelebung. Und da habe ich sie eigentlich nicht gebraucht. Weil ich schon gekauft habe. ein Clusterschlag ist aber nett. Ich habe bis jetzt gar keine Gegner gesehen. Ich muss auch sehr vorsichtig sein. Ich sehe bis jetzt gar keine Gegner. Hier sind Türen offen. Hier scheint gelootet worden zu sein. Heißt, hier war schon jemand. Sollte mich mal ein bisschen schneller beeilen, um in die Zone zu kommen. Ich habe nur noch 50 Sekunden. Ist da oben jemand? Auf jeden Fall kommt die Zone und ich muss rennen. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. So, bin in der Zone drin. Das Glas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Verdammt. Wo kam der denn her? Wieso sieht man da nichts? Man sah überhaupt nichts. Man sah Null. Und die Ablenkung von diesem Juckreiz ist auch nicht gerade schön. Ich hasse Mückensteche. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte? Wo war der denn? Okay, ab ins nächste Match. So, neues Match. Und jetzt geht's zum Airport. Wo gehe ich da genau hin? Battle Royale. Das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Würde sagen, dahin. Der Juckreiz ist immer noch nicht weg. Ah, das nervt. Muss man sich so konzentrieren? Oh, ich glaube, ich gehe so mitten in der Höhle des Löwens runter. Ich habe das Gefühl. Ja, Vorratskiste ist gut. Ich habe jetzt noch keine Platte. Hier liegt auch keine. Oh, der Raketenwerfer ist nett. Na, komm. Versächs. Den Höhle. Ich bin. Na, komm. Ich bin. Und da. Ich bin. Ich bin. Ja, du bist. Ich bin. Wo ist der Typ? Bin jetzt ein bisschen angespannt. Raketenwerfer vor uns zu winnen. Oh Mann, kam da gerade einer um die Ecke. Mal gucken, wo ich gleich runterkomme. Die TV-Station wäre für mich recht interessant. Da habe ich nämlich eine Herausforderung. Und die würde ich gerne machen. Und los geht's. Mach dich bereit. Wie, das eine Pistole werden? Ein Pistolenkampf. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an den Front. Aber wenn du verlierst, war's das. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Verdammt. Wir schicken dich zurück zur Basis. Sie haben uns gelegt, aber wir werden... Hä? Der konnte aber sehr schnell schießen. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von... Mit Spaß ins Wochenende.